Ich pranke jetzt meinen Mann. Dafür habe ich bei McDonalds Burger einen Pommes bestellt. Und lasse jetzt alles so aussehen, als hätte ich es selbst gekocht. Und bis jetzt finde ich, dass es echt aussieht. Nur noch den McDonalds Müll verstecken und los geht's. Schatz, ich habe Essen für dich gemacht. Also mach dein Spiel aus und komm. Was hast du gesagt? Das Spiel aus und komm. Okay. Ich hoffe, er fällt drauf rein. Und schmeckt? Hm? Schmeckt? Hallo? Ich glaube, der checkt das wirklich gar nicht. Äh, was macht der mit seinem... Oh, welcher Mensch legt Pommes in seinen Burger rein?